Na lüchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial und zwar zu Attack of the B Team, richtig, beziehungsweise in diesem Attack of the B Team hat es ja vielerlei schöne Mods, die echt toll sind, aber es hat aus meiner Sicht einfach kein gescheites Lagersystem, ihr könnt mir da gerne auch was anderes sagen oder in den Kommentaren posten und in Attack of the B Team hat es ja so viele Ressourcen und da finde ich einfach gehört ein gutes Lagersystem dazu. Und da gibt es eigentlich nichts besseres wie Applied Energetics und ich habe jetzt hier schon die Homepage von denen auf und hier kriegt ihr das auch genau her, ich würde euch Attack of the B Team läuft auf 1.6 Minecraft Version und von dem her gerade die Final 3, die würde ich euch empfehlen, die einfach herunterladen, wenn ihr da drauf klickt, seht ihr, da startet sich direkt der Download, habe ich alles schon gemacht, ich habe die Datei aktuell schon hier auf dem Desktop liegen und genau, das füge ich jetzt einfach mal in Attack of the B Team noch dazu. Geht ganz einfach, ihr habt ja hier den Technik Launcher, so wie ihr es wahrscheinlich immer kennt, stattet darüber Attack of the B Team, macht ihr diesmal nicht, geht auf das Zahnrad, dann möchtet sich dieses kleine Fenster hier, ihr sagt hier Open Folder, seid direkt dann schon im Attack of the B Team Mod Ordner und seid da wo ihr hinwollt, dann einmal in den Mod Ordner wechseln, hier das Applied Energetics reinziehen und schwuppsdiwupps ist der Mod installiert, perfekt, wir können das einfach zumachen und das können wir auch einfach zumachen und dann sagen wir Play. Und da die ganze Sache bei mir einfach ein bisschen lädt, würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder ingame und schauen, ob das Ganze funktioniert hat. So, wir befinden uns hier ingame wieder und schauen mal ganz kurz, ob dieser Mod auch dabei ist, Advanced Applied Energetics, das sieht gut aus, wunderbar, ja, da habe ich mir schon so gedacht, weil ich habe hier auch schon eine kleine Welt vorbereitet, nur zum gucken, ob das Ganze auch funktioniert. Und siehe da, wir haben hier das ultra coole Lagersystem, es funktioniert, wir haben hier unseren Access Terminal, ich habe hier eine Energy-Seite hingesetzt, einfach damit die unendlich viel Strom hat, aber das sieht gut aus. Der Vorteil von diesem System ist einfach, dass wir hier Cobblestones so viel reintun können, wie wir wollen und das sich so auf einen Punkt stapelt und nicht so, was weiß ich, wie in den Kisten, über die ganzen Kisten verteilt ist und das ist einfach nur toll, das System. Ich kann es nur jedem empfehlen und wer es einmal lieben gelernt hat, wird es immer lieben. Meiner Meinung nach fehlt es definitiv in Attack of the Beat Team und ja, ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach eine kleine positive Bewertung da oder wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare. In diesem Fall sage ich einfach mal Bye Bye, haut rein, euer Sami.